AUSSCHWÄRMEN LOS! Das ist gar nicht gut! Da drüben nachsehen! Ich hab' ihn! Seht da drüben nach! Schaut nach, ob hier irgendwo einer ist! Okay, sieht gut aus! Dann schnappt ihr den Laptop und weg! Seht unter mir aus! Oh, was ist denn da drin jetzt? Ouh... Das habe ich nicht gesehen. 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 Okay, ich habe ihn. Da! Moment! 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 Between nhau! Ich möchte mich nicht! W트럭' encore less! Dann geht'son! Moment! Ich muss die Waffe ganz zogen. Ich kann nicht mehr. Ich bin tot. Ja, ich brauch ganz dringend eine andere Waffe. Das ist nicht so geil. Los, los, los! Geh aus! Lass links, links, links! Weiter! Rechts lang! Im Fluss folgen und nicht anhalten! Geh aus! Geh aus! Geh aus! Nein, mach sie alle. Bei dem Gewackel kann noch keiner schießen. Lass uns Plätze tauschen. Nehmen das Lenkrad. Okay, okay. Ganz ruhig. Okay, ich hab's da. Los, halt hinter dieser Ecke an und dann zurück. Schnappen wir uns, die Kerle. Yes, drauf! Ich hab's da. Also, ich hab's da. Was ist das? Ich hab's da. Das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Mach das nicht noch mal! Okay. Ach, warum denn nicht? Daniel, komm, mein Name ist ja abgeschlossen! Okay, das war grandios! Warum wird ein Schrottplatz von einer kompletten Armee bewacht? Habt ihr die Drogen gesehen? Welche Drogen? Die Wagen. Herzlichen Glückwunsch! Sie zerlegen gestohlene Autos, packen sie voller Drogen, setzen sie wieder zusammen... ...kaufen sie sie ans Auto aus. Mann, hätt von mir sein können! Das ist Kangs Autohaus. Die Züge liefern die gestohlenen Wagen an, von überall her. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören Dostleuten. Dostleute? Echt jetzt? Die Züge werden neben Kangs Werkstatt ausgeladen. Das ist gar nicht so weit. Sehen wir es uns an? Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr. Klar, warum nicht? War ja auch ein ruhiger Tag bisher. Ja Leute, wir werden die Werkstatt jetzt nicht durchsuchen, weil wir haben uns schon eine Stunde rum. Ich bedanke mich so weit für's Zusehen. Wie immer unten in der Infobox findet ihr alle dutigen Links. Ansonsten sehen wir uns auch nicht. Aber wir werden dann mal online. Ciao!